Hi Leute, heute geht es um die wirkliche Wahrheit von Gurkensohn. Ein Insider hat mich auf Instagram angeschrieben. Ich habe ziemlich viele Infos von ihm bekommen, dadurch konnte ich wirklich hinter die Kulissen gucken. Ich wusste wirklich, was im Hintergrund abging bzw. gerade abgeht. Und das will ich euch nicht verheimlichen. So was muss an die Öffentlichkeit, denn was da abgeht, ist nicht mehr normal. Manche fragen sich noch, wieso war Gurkensohn überhaupt ein halbes Jahr fast inaktiv? Ganz kurz erklärt, KuchenTV hat ein Video gegen Gurkensohn gemacht, in dem er aufgezeigt hat, wie Gurkensohn zusammen mit seinem Kameramann, der eigentlich hinter dem Kanal Gurkensohn steckt, dazu komme ich später nochmal zu sprechen, Dodo verarscht haben. Dodo ist der ehemalige Ehrenfan von Gurkensohn und die hatten zusammen einen Spendensstream bei ihm im Hotel gemacht, wo 800 Euro ungefähr zusammengekommen sind. Davon haben die aber nochmal 500 Euro abgezogen. Der Kameramann meinte zu Dodo, ja das müssten wir nochmal abziehen für Spritkosten, Hotelrechnung und für das Essen gehen usw. Dann hat Dodo von den 800 Euro nicht mal die Hälfte und zwar 300 Euro bekommen. Das ist natürlich Verarsche und meiner Meinung nach rechtlich gesehen auf jeden Fall eine Unterschlagung. Für alle, die früher bei dem Stream was gespendet haben, ihr könntet jetzt auch Gurkensohn für Betrug anzeigen, denn er hat euch vorgemacht, dass das Geld, was ihr spendet, an Dodo geht. Es ging aber nicht alles an Dodo, heißt es ist ein Betrug. Gurkensohn ist nicht Gurkensohn, denn die Person vor der Kamera ist einfach nur eine Marionette, die von dem Kameramann Jonas S. gesteuert wird. Jetzt fragt ihr euch, ob sich das geändert hat, nachdem Gurkensohn fast ein halbes Jahr inaktiv war. Hier die Antwort. Auf jeden Fall kann ich dir sagen, dass Jonas Gurkensohn zu Hause rumhängt, sein Auto steht oft vor der Tür. Als Beweis, dass der Insider im guten Kontakt zu Jonas steht bzw. stande, hier einmal ein Foto von den zwei. Den Insider habe ich rechts natürlich unkenntlich gemacht, zum Schutz seiner Anonymität. Wo ist dein Kameramann? Belehrt! Da ist er! Er ist Gurken-Diebs Kameramann. Ja, moin. Hey, bist du verantwortlich für die ganzen Filme oder was? Ja, meistens. In meinem letzten Video habe ich schon bewiesen, dass der Kanal von Gurkensohn ihm gar nicht selbst gehört, sondern dem Kameramann Jonas S. Ach, was ein Wunder. Ich habe die Handynummer von Jonas S. erhalten, wodurch ich weiter recherchieren konnte. Ich habe dabei herausgefunden, dass der Snapchat-Account, der Twitter-Account und nicht einmal der Instagram-Account ihm gehören, sondern Jonas S. Denn bei jedem Account ist nicht die Handynummer von Gurkensohn hinterlegt, sondern die Handynummer von Jonas S. Ja, wie soll ich das sagen? Er wurde früher gemobbt und hatte jetzt nicht so die beste Kenntnis gehabt und deswegen hat er wahrscheinlich in der Rolle des Gurkensohens noch ein bisschen Fame gewidmet. Ich war sehr schnell gebrochen. Er hat Jonas ausgenutzt, hat sich das ganze Geld in die Tasche gestellt und er ist allgemein ziemlich angegeben, als ich früher Mercedes-Klasse liest, die mir er zurückgegeben und ist dann mit viel Barge durch die Gegend gelaufen und so weiter. Viele kennen Ben Lexer nicht und die, die ihn kennen, würden sagen, es ist Gurkensohn 1.0. Damit haben sie wahrscheinlich sogar recht. Denn mir hat der Insider bestätigt, dass Jonas es schon mal mit anderen YouTubern abgezogen hat, was er jetzt mit Gurkensohn macht. Ihn einfach als Marionette losstellen. Jetzt liegt die Vermutung natürlich sehr nahe, dass es Ben Lexer ist. Er konnte nicht bestätigen wer, er konnte nur bestätigen, dass er es gemacht hat mit jemand anderem. Wie gesagt, es ist immer noch ein Gerücht, aber ein relativ realistisches Gerücht. Was denkt ihr? Ist es Ben Lexer, mit dem Jonas es schon mal abgezogen hat oder nicht? Schreibt es mir in die Kommentare. Manche denken, TMK ist der Kameramann. Das ist falsch, Leute. Der Kameramann ist Jonas S. Bitte merkt euch es jetzt. Okay, das Problem ist jetzt, TMK war mal der Produzent von Gurkensohn. Jetzt konnte mir der Insider nicht bestätigen, ob TMK auch was mit diesen komischen Machenschaften von den zwei zu tun hatte oder ob er eine saubere Weste hat, sage ich mal. Das konnte er mir nicht bestätigen. Er meinte, das sollte man vorsichtig sein. Wie gesagt, ich kann es nicht verneinen. Ich kann es auch nicht bejahen. Als Fazit kann man sagen, Gurkensohn hat eine kleine Mitschuld. Die große Schuld liegt immer noch beim Kameramann. Weil der Kameramann gibt immer den Vorkick, sage ich mal. Und hat Gurkensohn schon so weit manipuliert, dass Gurkensohn vielleicht sogar zu einem größeren oder etwas kleineren Teil, man weiß es nicht, davon ausgeht, dass es richtig ist, was er gemacht hat. Das hat man auch im Statement gemerkt. Ich hoffe für Gurkensohn, dass er selbstständiger wird und aus dem Zwang von Jonas S. hinauskommt. Wenn er dann Dodo die ganze Menge aus dem Spendenstream zahlt und ohne Kameramann weitermacht, dann würde ich ihm auf jeden Fall auch eine zweite Chance geben. Weil dann spricht nichts dagegen. Und dann würde ich ihm auf jeden Fall kommen.